Als wir vor fünf Jahren angefangen haben, wussten wir noch nicht, wo die Reise hingeht. Heute sind wir schon ein kleines KMO. Wir sind heute im internationalen Wettbewerb mit anderen Firmen aus der Verpackungsindustrie. Hier reicht die Weissness natürlich nicht mehr, sondern hochqualitative und innovative Produkte sind gefragt. Wir wählen SwissCAN Maschinerie, weil die Qualität sehr wichtig ist. Die Maschine muss ruhiger und leichter clean sein und schnell zu einem anderen Produkt. Die Maschinenflexibilität ist das wichtigste, das wir brauchen. Wir brauchen einen guten Hygienstandard für unsere Produkte. Wir haben nach Weg gesucht, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Digitalisierung war bei uns von Anfang an der einzige Weg. Darum haben wir auch einen Grossteil des Startkapitals rein neue Software investiert. Durch den Einsatz von Manix CAD und vom Teamcenter haben wir den Prozessablauf stark vereinfacht. Die Workflows, die früher noch zehn Arbeitsschritte gebraucht haben, konnten wir auf drei runterbrechen. Das spart enorm viel Zeit. Schnelligkeit und Effizienz sind ein Erfolgsfaktor für uns. Darum haben wir das Optionspaket TIA Portal Multi-User Engineering im Einsatz. Somit können mehrere Automatiker synchron am gleichen Projekt schaffen. Unsere Anlagen bestehen aus sehr vielen Komponenten. Siemens hilft uns bei der Integration von Harden Software, damit wir unseren Hochqualitätsstandard einhalten können. Die Beratung von Siemens im Digitalisierungsbereich hat uns positiv überrascht. Darum setzen wir auch in Zukunft auf einen laufenden Wissensausstausch. Die Möglichkeiten der Digitalisierung sind für uns noch lange nicht ausgeschöpft. Wir sehen hier noch viel Potenzial. Die Auftragsbücher sind voll. Das beweist, dass wir auf die richtige Digitalisierungsstrategie gesetzt haben. Das beweist, dass wir auch in der Naturwareien in der Konkurse mal wiedersehen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das beweist, dass wir an der Auslösung der Naturwareien reingekommen haben. Das beweist, dass wir uns die militärische Western-Gleufe haben sich, Und wir haben noch mehr mehrfach, Und wir policymakers haben uns die? Untertitelung des ZDF, 2020